Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich bei solchen Vorhängenschlössern den Code richtig ändern kannst. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige dir das Ganze jetzt anhand von diesen drei verschiedenen Modellen hier, welche einfach am häufigsten verwendet werden. Modell Nummer 1 ist von Abus und hier müssen wir erst einmal den Bügel öffnen, indem wir hier die Standardzahlen eingeben, 0, 0, 0, und somit können wir diesen auch schon aufmachen. Jetzt diesen einfach einmal um 180 Grad drehen und den Bügel nach unten drücken und auch gedrückt halten. Nun können wir nämlich die neue Zahlenkombination einstellen, die wir haben möchten. Bei mir wird das jetzt dreimal die 1 sein. Und wir können den Bügel oben wieder locker lassen, dass der Code hier drin auch wirklich gespeichert wird. Nun probieren wir das Ganze natürlich noch aus. Hierfür mache ich den Bügel einmal runter, gehe wieder auf meine alte Kombination 0, 0, 0. Wir können sehen, der Bügel ist fest zu, gehe wieder auf 1, 1, 1 und mein Bügel ist wieder offen. Modell Nummer 2 ist ein sogenanntes TSA-Schloss. Hier haben wir dieses Mal vier Zahlen, wieder vier mal die 0 als Grundeinstellung. Wir können unseren Bügel also öffnen und dieses Mal nicht um 180 Grad drehen, sondern nur um 90 Grad. Wenn man von oben auf den Bügel hinaufschaut, kann man auch die kleine Nase sehen, welche natürlich in die entsprechende Öffnung hineingeht. Jetzt aber erst einmal 90 Grad gedreht, den Bügel nach unten drücken und eine weitere Viertel der Umdrehung weitergehen. Das ist so wie bei Abus vorhin ausschaut. Nun wieder unsere neuen Zahlenkombination einstellen. Bei mir wird das vier mal die 1 sein. Bügel zuerst um 90 Grad zurückdrehen, bis es klick macht. Dann springt der Bügel auch nach oben weg und wir können ihn wieder ganz normal weiter rüberdrehen und das Schloss somit verschließen. Auch hier prüfe ich jetzt noch die Funktion schnell. Ich stelle vier mal auf 0. Wir können sehen, der Bügel geht nicht auf. Wieder zurück auf meine neue Zahlenkombination, vier mal die 1 und der Bügel lässt sich einfach öffnen. Modell Nummer 3 ist jetzt wieder ein TSA Zahlenschloss mit so einem Kabel hier oben. Auch hier wird die Grundeinstellung dreimal die 0. Ich drücke jetzt hier auf den Knopf drauf, dann springt mein eines Kabel nämlich auch schon raus. Und wir sehen hier auf der Unterseite so einen kleinen Reset Knopf, den wir jetzt am besten einmal mit einem kleinen Stift hier gedrückt halten. Auch jetzt natürlich die neue Zahlenkombination mit dem gedrückten Stift einstellen. Bei mir wieder dreimal die 1 und kann den Stift unten auch schon wieder loslassen, dass meine Zahlenkombination gespeichert wird. Ich schaue dreimal die 1, drücke drauf. Es funktioniert auf jeden Fall. Jetzt möchte ich aber auch noch schauen, ob es bei dreimal der 0 aufgehen sollte. Dreimal die 0 ist eingestellt. Ich drücke hier. Es tut sich nichts, weswegen ich jetzt auch schon bei allen drei Schlössern die Zahlenkombination richtig geändert habe. Wenn du dir für zu Hause jetzt so ein hochwertiges Vorhängeschloss zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität vom Markenhersteller zu einem relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in deinem Fachgeschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Schlössern hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.